Hallo und Willkommen zurück. Was seht ihr da vorne? Den da? Der muss doch gar nicht haben. Ich will doch raus, ich hab keine Bock mehr. Das Zoom gibt mir auch im Sack. Ist mir zu schwer. Ja, zu schwer ist mir die Mission. Ist das einfach nur die World Map? Ja, ist es. Warum kann ich die echt in? Die ist leer. Die Bombe wurde schon in den Zug verladen. Der hat sein Ding jetzt. Der sieht mich, wenn er zu nah rankommt. Was ist das? Was ist das? Was? Was? Was kann ich nicht so suchen? Ich habe das einen Aufmerksamkeit. Was ist das? Was? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Boah, ich mag hier so gerne, man. Okay. Bin im Ringlock, Schuppen. Wo ist die Bombe? Die Ingenieurs bringen Sie an einem Zug an, Briggs. Wir haben einen Mann verloren. Die Ingenieurs bringen Sie an, Briggs. Die Ingenieurs bringen Sie an. Die Ingenieurs bringen Sie an, Briggs. Die Ingenieurs bringen Sie an, Briggs. Die Ingenieurs bringen Sie an, Briggs. Wie sieht's bei dir aus? Ich sehe gar nichts. Hier ist gar nichts. Bereich scheint sicher, verteilen wir uns. Kein einziger Schuss hat ihn, also meiner Meinung nach, hat ein Schuss seinen Kopf erwischt und die Hände weggelegt und ein weiterer Schuss der Kopf erwischt und ihn umgebracht. Du hast nichts gehört? Hey, ich muss zum Ringlock schuppen, bevor mir der Kerl am anderen Ende des Lasers die Birne wegpustet. Wie sieht das aus! Geht das? Geht das nicht. Wie sehen Sie sogar noch? Die Ingenieurs daneben bes BRD. Wie sieht der Verbindlich? Wie sieht das aus? Was ist der und die Wirkundliche Sieger der Flamante aus? Die Ingenieh ave ich hier. scheiß ernst. Weil er aus irgendeinem Grund der Lage war zu schießen. Was keinen Sinn ergibt. Weil er das eigentlich gar nicht sein dürfte. Wir nehmen Ringlock, Schuppen. Wo ist die Bombe? Die Ingenieurs bringen Sie an einem Zug an, Briggs. Das ist aber schneller als der... Da! Ich glaube, er ist da! Da ist er! Nein! Ich muss zum Ringlock schicken, bevor mir der Kerl am anderen Ende des Lasers die Birne weglostet. Das liegt daran, wenn Sie aufmerksam sind, dann schießen Sie schneller. Das ist so scheiße. Ich kann ja auch keinen Menschen markieren. Weil, pjoa, geht halt nicht. Die sind anscheinend verboten. Keine Ahnung, ob der Birkstall ist. Wir nehmen Ringlock, Schuppen. Wo ist die Bombe? Die Ingenieurs bringen Sie an einem Zug an, Briggs. Wenn es nötige Equipment fehlt, oder ob es da einen Ort gibt, warum er das nicht kann. Komm, ich brauche dabei Hilfe. Dann los! Siehst du da drüben was? Da ist nichts. Nichts gefunden. Ich hasse diesen Sniper. Ich muss zum Ringlock schicken, bevor mir der Kerl am anderen Ende des Lasers die Birne weglostet. So random durch diese Map durch. So fucking random. Das regt so auf. Es aufhört immer so random rum zu gucken, Mann. Na, guck mal draußen. Mal drinnen. Was soll er? Der Sniper soll nur draußen gucken. Was ist das für ein Sniper, bitte schön. Warum genau soll der reinschauen? Wieso soll er reinschauen? Ich verstehe es nicht. Es ergibt keinen Sinn. Wir nehmen Ringlock schuppen. Wo ist die Bombe? Die Ingenieurs bringen Sie an einem Zug an, Briggs. Komm her, wir müssen suchen. Wieso? 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 Das sind die Konsequenzen. Wieso? Wir nehmen die Konsequenzen. Ich muss zum Ringlock schicken bevor mir der Kerl am anderen Ende des Lasers die Tremel ist. Wegen irgendwie 3 Sekunden oder so. Weil das ganz leicht mit der Sterbegeschwindigkeit vom Gegner nicht gepasst hat. So minimal. Scheiße ernst. Ich muss zum Ring abzucken, bevor mir der Kerl am anderen Ende des Lasers die Birne wegpostet. Wieso ist das Spiel so ONG? Der lief jetzt gerade komplett anders als die vorherigen Male. Komplett anders als die vorherigen Male. Ich bin im Ring los. Wo ist die Bombe? Die Ingenieurs bringen sie an einem Zug an, Briggs. Hey, komm. Hier ist beim Suchen. Ich sichere dich. Was ist da? Was ist da? Eigentlich wollte ich den wieder in Chain killen. Das ging einfach nicht. Der war doch schon tot, Mann! Hört doch auf! Ich soll aufhören die ganze Zeit immer zu schießen, obwohl sie es gar nicht können. Nein! Das geht nicht! Ich muss zum Ring lock schuppen, bevor mir der Kerl am anderen Ende des Lasers die Birne wegpostet. Gib mir bitte mehr Checkpoints! Mensch! Oder keine Ahnung! Sorg dafür, dass ich nicht in Chain killen muss! Dann könnte ich wesentlich langsamer vorangehen und müsste nicht so durchwashen. Aber da ich eben in Chain killen muss, muss ich waschen. Ich bin im Ring lock schuppen. Wo ist die Bombe? Die Ingenieurs bringen sie an einem Zug an, Briggs. Da geht es noch! Ich habe eine Hilfe bei der Suche gebraucht. Dann los! Da ist er! Ich bin mir jetzt gerade auch nicht sicher. Ich glaube nur weil mein Charakter gerade leicht gefallen ist, hat er mich gehört. Da war ich noch nicht im Duck-Modus. Das kann natürlich auch sein. Aber wir können ja nichts. Wenn der nicht direkt in die Hockey fällt, ist ja nicht so ganz meine Schuld. Das ist ja was, was das Spiel meint. Bin im Ringlock schon. Wo ist die Bombe? Die Engineers bringen sie an einem Zug an, Riggs. Ich bin bereit, um die Armee zu erzeugen. Ich bin bereit, um die Armee zu erzeugen. Hold auf, bis wir die Wunschung bekommen. Okay, wir sind schon fertig. Wir haben noch ein paar Aufmerksamkeiten. Die Timer ist set. Die Timer und die Notefigur sind beide Online und Reading 3. Perfect. Warte, was? Wo ist der hin? Ach doch, da. Da ist niemand so nah, dass ich sagen würde. Ich bring den jetzt einfach auf. Keine Ahnung, ob es weniger waren. Aber wir sind jetzt recht weit. Ich hoffe, es kommen noch ein paar Gegner. Ja, es geht noch ein bisschen weiter. Hier müsste ja jetzt ein Speicherpunkt sein eigentlich, oder? Nein, die stehen noch nicht gespeichert. Shit. Dann steht hier gespeichert. Na komm, na komm. Du hast das schon mal gemacht. Wie, da lebte noch einer? Ich wüsste nicht wo. Hey Charlie, bin beim letzten Sprengsatz. Okay, gehen wir es durch? Das ist der letzte. Nein, ich mach das schon. Entspann dich. Nur ein Versuch, Briggs. Kinderspiel. Oh scheiße, Charlie. Ich glaub, ich hab den roten Draht genommen. Du, du hast was? Deig doch! Reingelegt. Arschloch. Sam. Alle Sprengsätze deaktiviert. Rücke ab. Bin gleich beim Anführer. Runter. Hi Kumpels, wie geht's euch denn so? Ähm, ich weiß nicht, ob ich hier Pantakills machen kann, muss ich allerdings sagen. Bleibt unten, da passiert keine Wasch. Das ist ja jetzt ne Pure Assault, oder was? Sam. Alle Sprengsätze deaktiviert. Rücke ab. Bin gleich beim Anführer. Runter. Ich weiß auch nicht mehr, wie lang das jetzt noch geht. Bleibt unten, da passiert keine Wasch. Äh, ich versteh grad nicht so ganz, wie die Entwickler das hier wieder meinen. Bleibt unten, da passiert keine Wasch. Warte mal, aber scheiße ganz. Sam. Alle Sprengsätze deaktiviert. Sie wurden grade wieder dinget. Was? Sie waren grade wieder. Runter. Ja ja. Wir werden nicht vergessen, aber der ist nicht ganz klar. Ähm, ja wie gesagt, wir werden nicht vergessen, aber der ist nicht ganz klar. Ähm, ja wie gesagt, wir werden nicht vergessen, aber der ist nicht ganz klar. Ja. Ja. Ja.